Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. Heute schon das dritte Video, denn es ist eben gerade eine neue Ingame Neuigkeit gekommen und zwar demnächst das taktische Sturmgewehr. Es ist nicht sicher, dass das morgen kommt, weil bisher auf Twitter nichts geschrieben wurde. Deshalb gehe ich auch mal davon aus, dass in letzter Zeit oder so mal so war, dass Updates Donnerstag kamen, dass vielleicht jetzt diesen neuen Donnerstag der Update Tag ist, weil ja irgendwie immer zwischen Dienstag und Donnerstag die Update Tage. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, dass es irgendwie verspätet ist oder so. Ja, auf jeden Fall sehen wir hier schon das taktische Sturmgewehr. Dieses solide und präzise Sturmgewehr ist die ideale Wahl auf engen Raum. Ich denke mal, dass es wirklich extrem präzise sein wird, also ähnlich wahrscheinlich wie das Infanteriegewehr sein wird. Ich denke auch, dass jemand ein Zielfernrohr haben wird, weil da ja ein Rauf so aussieht, als würde es genutzt werden. Ich denke auch, dass das eher langsamer schießen wird, weil präzise Waffen generell eigentlich immer relativ langsam schießen wird wahrscheinlich, wenn man das Magazin jetzt so ein bisschen urteilt. Hätte ich gesagt, 15 bis 25er Magazin haben kein Schalldämpfer drauf. Ansonsten denke ich, dass es totalen Schaden machen wird. Und eben halt, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo immer auf engen Raum ist, in seinem Turtle ist damit wahrscheinlich gemeint, dass man von dort aus sehr, sehr gut ausskopen kann. Und ich denke mal, dafür ist die Waffe auch am besten geeignet. Man sitzt in seinem Turtle irgendwo im Arena-Modus, scoped da ein bisschen raus, hittet schön immer die Gegner irgendwo aus dem Luftkanal an, kann direkt rauspicken, muss nicht warten, bis das Sturmgewehr wieder präzise wird. Ja, und Shang, weil das wird auch der Sinn dieser Waffe sein. Müsst ihr auch mal gucken. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wann das Update rauskommt. Wie gesagt, weiß ich nicht. Das war es auch schon mit diesem kurzen, knackigen Video. Falls euch solche Videos gefallen, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Wäre auf jeden Fall extrem nice. Und schreibt vielleicht auch in die Kommentare, was vielleicht noch an dem Kanal verbessert werden sollte. Wäre auf jeden Fall nice. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.